Noch lässt er sich ein bisschen bitten, der Markt. Wir hatten ja hier gestern schon mal überlegt, eigentlich wäre hier so ein Anstieg in die Höhe eigentlich ganz gut, korrektiver Art, also nicht wirklich zum Mithandeln, sondern zum Gucken. Eigentlich hat es der Markt sogar noch ein bisschen schöner gemacht. Er ist nämlich noch mal ein bisschen tiefer gegangen. Auch das ist noch nicht ein Zeichen, dass es schon zu Ende ist. Warum ist das jetzt schöner als das andere? Naja, der Gedanke war, dass wir hier eine Korrektur haben und diese jetzt korrespondieren sind und diese hier. Das ist aber jetzt Hardcore für die Super Elliot Freaks. Ich zähle mich ja selber dazu. Dann hat man hier so diese Fünfweller im großen Bild hier und hier im Kleinen hätte man das ebenfalls. Das muss nicht so sein. Da gibt es verschiedene Abweichungen. So relevant ist es nicht. Das Prinzip bleibt allerdings genau das Gleiche. Insofern kann ich euch, was das angeht, noch gar nicht so richtig was Neues erzählen. Man misst von der höchsten bis zur tiefsten Stelle einfach Fibonacci hier runter und die Zielerwartung für eine Korrektur hier. Und das muss man vorsichtig jetzt formulieren. Vorsichtig. Das ist jetzt nicht die Erwartung, dass der Kurs jetzt da hoch geht, sondern das ist die Erwartung, wenn eine Korrektur ist, die bis hierhin ungefähr landet, dann wäre wichtig, dass es korrektiv ist. Anschließend eine Fortsetzung nach unten gut, wenn er eben triggert. Und ich weiß, das ist jetzt super kompliziert wie jetzt mehrere Bedingungen. Ja, so ist es halt. Eigentlich gar nicht so schwer, wenn man ungefähr weiß, wo man drauf gucken soll, aber es ist natürlich gleich mehrere Sachen, die man beachten soll. Also vorsichtig. Es ist nicht gesagt, dass der Kurs jetzt ganz sicher in diese Kiste reinläuft. Er kann ja die Abwärtsbewegung, ich mache das hier mal parallel im Vierstundenschart, es kann ja auch noch tiefer gehen. Wozu würde das führen? Naja, gut, wir würden dann halt die Zeichnung ein bisschen anpassen müssen. Und ihr seht das, diese roten Linien würden dann halt immer mit nach unten wandern. Und je nachdem, wo das tief ist, würde dann sozusagen die Korrekturbox einfach immer ein bisschen weiter mit nach unten laufen. Je nachdem, wie weit das geht. Also ihr seht ungefähr, wie das ganze Prinzip läuft. Da wir aber schon weit runter gelaufen sind, finde ich die Chance, dass es so langsam, aber sicher tatsächlich in die Gegenbewegung, in die Korrektur hier kommt, gar nicht so schlecht. Also das vielleicht mal für den Hinterkopf. Und dann haben wir die zweite Bedingung erfüllt. Je korrektiver nach oben, desto besser. Für die bärische Seite wohlgemerkt. Und dann der Trigger eben, das Zwischentief in der Erwartungshaltung, dass sich das Ganze nochmal fortsetzt. Und dann, dass vielleicht sich tatsächlich materialisiert. Also so wie ich es gezeichnet habe, sähe das dann vielleicht so aus in der Form. Ich habe es jetzt nicht sehr schön gezeichnet, um ehrlich zu sein, aber machen wir es nochmal ein bisschen schöner. So könnte das aussehen. Also was ihr jetzt hier im Kleinen seht, also die Pfeilerwartung hier, das wäre sozusagen dann nochmal diese Abwärtsbewegung hier. So passen die Bilder sogar zusammen und würden ein sehr typisches Bild zeigen. Nicht immer bewegt sich der Markt typisch, aber es ist durchaus sinnvoll, von typischen Szenarien grundsätzlich mal auszugehen oder zumindest nicht überrascht zu sein, wenn der Markt sich typisch verhält. Nehmen wir mal das als Mindestanforderung. Kann man jetzt hier beim DAX irgendwas machen? Aus meiner Sicht fühle ich mich nicht wirklich begeistert, hier irgendwie was zu tun. Deshalb switchen wir auch gleich auf den amerikanischen Markt. Ja, der amerikanische Markt, er hat hier schon mal einen Anstieg gezeigt. Und ihr seht hier vorne, das ist jetzt in 5 Minuten. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit ihr das mal sehen könnt. Hier hat man so ein bisschen den Eindruck 1, 2, 3, 4, 5. Gut, da muss man genau hingucken. Aber immerhin, dass hier die Korrektur und die Mindesterwartung, dass sich das fortsetzt, möglichst steil. Das hat er dann auch so halbwegs hingekriegt. Er ist ja sogar noch weiter nach oben gegangen. So sieht es aus, wenn der Markt ausläuft. Ihr erinnert euch, das sieht doch wieder korrektiv aus. Aber in dem Fall in Trendrichtung. Das bedeutet, dass dieser Trend zu Ende ist. Also 1, 2, 3, 4, 5. Danach kommt eine größere Pause. Was haben wir eben besprochen? Wie groß die große Pause? Die größere Pause ist, ihr zeichnet vom tiefsten Punkt zum damals höchsten Punkt. Und ihr geht davon aus, dass typischerweise dieser Rücksetzer irgendwo in diese Zone 38, 50, 61 geht. Das sollte er dreiwellig oder überschneidend mehrwellig machen. Das ist quasi diese Geschichte, die wir hier haben. Und dann ist die Erwartungshaltung, dass er idealerweise 1 zu 1 das hoch macht. Hat er nicht gemacht. Ja, tatsächlich. Also bis zum damaligen Zeitpunkt hier war das eigentlich mein favorisiertes Bild. Dass er ungefähr das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal haben. Das macht er nicht immer. Aber die Chance, dass es zumindest sich deutlich mal entfernt, ist relativ groß. Und deshalb ist das eigentlich ganz gut. Wie geht man mit den Nachziehvarianten um? Dafür kann man dann natürlich hier zum Beispiel irgendwie eine Trailingmechanismus hinterherziehen. Der ist vielleicht ein bisschen arg eng hier im 5-Minuten-Chart. Dann hätte man sogar noch ein kleines Plus gemacht. Wenn man ein bisschen weiter... Ich würde wahrscheinlich einen langsamer nehmen hier. Guckt euch den hier an. Der ist eine Stufe zu langsam. Warum? Ja, weil der holt mich bei dieser Korrektur. Ich will ja nicht die Korrektur überleben. Ich will ja nur das Ding hier überleben. Das Ding muss ich überleben. Denn das ist das, was ich ja hier hinten erwarte. Jetzt muss ich das mal verschieben. So, zack. Das ist das, was ich hier hinten erwarten würde. Also brauche ich einen Stopp, der hier vorne das gut hat. Aber dieser Stopp, der ist zu spät, um diese Korrektur frühzeitig rauszunehmen. Also müsste man dann ein Parabolik oder sowas nehmen in dem Bereich, was allerdings auch jetzt keinen Riesenunterschied dann gegebenenfalls gemacht hat. Also ihr seht, das ist nicht, dass das immer vorteilhaft ist, wenn er nicht weit genug läuft. Das ist mir wichtig, dass ihr nicht den Eindruck habt, ja, das hat aber hier mal nicht geklappt. Ja, ich kann euch jetzt schon sagen, das klappt auch häufig nicht. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trades ist eigentlich sehr, sehr gut. Und dementsprechend kann man damit was machen. Hier haben wir eine ähnliche Situation beim S&P, deshalb müssen wir das gar nicht jetzt im Einzelnen nochmal durchsprechen. Was wir jetzt allerdings durchsprechen können ist, jetzt haben wir doch bei all den Indizes, gucken wir es uns beim Nasdaq an, zuletzt eine scharfe Abwärtsbewegung. Die scharfe Abwärtsbewegung ist diese hier. Das erinnert mich so ziemlich an diese Aufwärtsbewegung, so mehr oder weniger. Jetzt bräuchten wir eine Korrektur, irgendeine, also wir bräuchten irgendeine Korrektur. Und dann ist die Erwartungshaltung, dass sich das, was, das habe ich zu lange gezeichnet, aber dass sich das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal wiederholt. Dass sich das, was wir hier vorne haben, nach da unten nochmal wiederholt. Und der Einstieg ist ja immer der Trigger dieser Marke. Und dann seht ihr, je nachdem, ob ihr eng stoppt, zum Beispiel so oder sogar die 78er Marke, die 78er ist ja immer dann hier, dann habt ihr das hier als Stopweite ungefähr, von mir aus auch das, wenn ihr da ein bisschen ungenauer unterwegs seid und den höchsten Punkt nehmt. Und als erwarteten Gewinn diesen hier. Und dann seht ihr schon, selbst wenn ihr nur in der Hälfte der Fälle positiv seid, dann ist das immer noch bei zwei Trades in der Summe positiv. Ja, also, denn ihr werdet nicht immer positiv sein. Ich habe es eben gerade gezeigt, hier vorne, super, war das eine gute Geschichte. Hier hinten haben wir festgestellt, klar, konnte man den Stopp vielleicht hinterherziehen, dann war es auch nicht so schlimm. Aber trotzdem, es war nicht das, was wir eigentlich haben wollten. Interessanterweise ist beim Nasdaq allerdings, die Verhältnisse sind ein bisschen anders. Komm, messen wir es mal einmal genau. Messen wir mal so die erste, ich habe es noch gar nicht ausprobiert hier beim Nasdaq. Tiefster Punkt, höchster Punkt, tiefster Punkt hier. Doch, er hat seine Bedingung, dass er diese Länge nochmal macht, hat er hier erfüllt. Kurz alledem, das ist hier natürlich kein sinnvoller Einstieg. Und ihr seht spätestens, nachdem ich diese Linie hier gezeichnet habe, auch wahrscheinlich warum. Weil das ja mein Gewinnziel ist. Das ist die Tiefseite und das ist mein Einstieg. Und dann seht ihr schon, das ist vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht so attraktiv. Also so könnt ihr immer schon sehen, passen die Situationen zusammen oder passen sie eben nicht zusammen. Und das haben wir hier in dem Fall nicht. Machen wir ganz kurz den gleichen Test nochmal beim S&P. Eine Übung mehr schadet nicht. Wir haben zuletzt diese deutliche Abwärtsbewegung. Wir brauchen jetzt etwas Wackeliges nach oben. Ihr messt vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt. Dann habt ihr so ungefähr den Zielbereich für eine Korrektur. 38, 50, 61, 8. Da sollte es möglichst wackelig hier reinlaufen. Oder eben A, B, C mäßig. Und wenn ihr es zum Beispiel im 5-Minuten-Chart nicht seht, könnt ihr natürlich eine kleinere Zeit eingehen. Ja, da habe ich jetzt, soll man sagen, auf kleinerer Zeitebene unbedingt als 5 Minuten handeln. Das ist schon sehr kurz. Aber machen wir es eher als eine Übung oder eben als eine Bestätigung. Wer jetzt also sagt, short, eigentlich das, das ist hier das letzte Zwischentief, was wir im Moment hier haben. Zur Not könnte man auch noch das nehmen. Das ist immer die Frage, nimmt man das mittlere oder nimmt man das hier. Beide sind aber aus meiner Sicht durchaus passend, wenn man sich hier die Aufwärtsbewegung anguckt. Das wäre ein möglicher Short-Trigger. Lieb wäre es mir, wenn er noch ein bisschen höher geht, damit er dann noch in diese Zone ein bisschen schöner reingeht. Und dann wäre der Bruch. Das ist wichtig. Nicht da oben schon sagen, ah, dann gehe ich da oben schon rein und habe ich das. Die Bestätigung ist erst, wenn er dann die Unterseite, also diese Zwischentiefmarke hier bricht. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, das war jetzt wieder nur so schnell und auf Minuten-Chart handele ich nicht. Genau das Gleiche ist das, was wir im 4-Stunden-Chart erwarten. Im 4-Stunden-Chart haben wir eine starke Abwärtsbewegung. Im 4-Stunden-Chart könnten wir messen vom höchsten bis zum aktuell tiefsten Punkt. Aus aktueller Sicht, solange es keine neuen Tiefs gibt, vom höchsten bis zum tiefsten Punkt, haben wir diese roten Linien. Die Werte da hinten könnt ihr sehen, ich mache es mal so hier, 38, 50, 61. Wenn der Kurs es tatsächlich schafft, in den nächsten Tagen nochmal da hoch zu gehen, dreiwellig, also A, B, C. Das sähe dann eher so aus, A, B, C. Vielleicht auch ein bisschen größer, als ich es jetzt hier gezeichnet habe. Oder eben mehrfach mit Kursüberschneidung, jetzt habe ich es blöderweise nicht so schön mit Kursüberschneidung gemacht. Mit Kursüberschneidung könnte so aussehen, also der ist dann tiefer als der Kurs. Dann haben wir wieder etwas, was klassisch nicht die Haupttrendrichtung ist. Dann wäre, wenn wir dann ja hier irgendwo in dieser blauen Zone landen, das der Trigger, um zu erwarten, dass das hier nochmal passiert. Und ihr seht, unter der Voraussetzung, dass der Kurs jetzt nicht richtig durchstartet, sondern korrektiv nach oben geht, in die entsprechende Zone, gehe ich davon aus, dass wir nochmal ein gutes Stück weiter nach unten gehen. Meine Idee ist sofort hinfällig, wenn der Kurs stattdessen so läuft. Und das ist jetzt unsere Leistung. Können wir das unterscheiden? Ja, traue ich mir zu. Das allerdings würde bedeuten, wenn wir dann korrektiv nach unten gehen, naja, dann können wir doch die Long-Seite da nochmal eingehen. Also ihr seht, das ist dieser permanente Wechsel. Da die letzte starke Bewegung im 4-Stunden-Chart abwärts ist, ist meine Erwartungshaltung korrektiv jetzt, gibt mir eine Chance für die Short-Seite. Im Moment im 1-Minuten-Chart, das ist zugegeben sehr kurz, die letzte scharfe Kurs kam von unten hier. Das ist ein echtes Hoch, erste Schubbewegung runter, wackelig nach oben, während das hier Trigger für die Short-Seite könnt ihr vielleicht ja im Nachgang mal gucken, ob es sich tatsächlich so ergeben hat. Aber ich habe es jetzt ja mehrmals gezeigt, wo Einstiege, wo die Stops liegen und Trailing-Situation, da kann man dann zum Beispiel irgendwie so einen Trailing-Mechanismus nehmen und sagen, okay, ich erwarte ja eine ähnliche Bewegung wie diese. Dieser Stop hier, das wäre eine Möglichkeit, hier den Punkten entsprechend hinterher zu ziehen und ihr seht, immer dann, wenn wir einen Trend haben und wir sind ja nur am Trend interessiert. An der Korrektur sind wir nicht interessiert. Wenn ich in der Korrektur bin, werde ich ausgestoppt. Das passt, weil ich bin ja an der Korrektur nicht interessiert, dann kann ich auch ausgestoppt werden. Wenn es aber ein Trend ist, will ich nicht ausgestoppt werden und wir sehen, im Trend läuft es ganz gut. Das Korrektiv werden wir ausgestoppt. Das ist ein Trend, lief ganz gut. Das war Korrektiv, werden wir ausgestoppt. Das ist wieder ein Trend, läuft ganz gut. So, der letzte Trend war abwärts. Wir suchen also die Short-Seite und das wäre eine Möglichkeit, sehr eng hinterher zu ziehen. Mein Begehr ist nicht so sehr, euch jetzt auf die Minute hier einzuschießen, im Sinne von, müsst ihr jetzt unbedingt machen, super kurzfristig hier im Handel. Das ist für viele zu schnell umzusetzen, abgesehen davon, dass ihr diese Information leider dafür vermutlich zu spät erst seht. Aber ihr könnt ein bisschen besser nachvollziehen, hoffentlich, wie die Situation für uns Charttechniker, für die, die technisch am Chart unterwegs sind, wie wir das Ganze auflösen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.